Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie unter Ubuntu 10.04 die sogenannten Themes oder auch Visual Styles installieren können bzw. umändern können. Sie klicken auf System, Einstellungen, Erscheinungsbild. Und hier haben wir eine Reihe von Visual Styles zur Auswahl. Ich nehme in dem Fall mal eine neue Welle. Klicken wir auch mal auf Hintergrund, um ein passendes Bild auszuwählen oder auch mal ein anderes auszuwählen. Ich wähle jetzt auch mal in dem Sinne das hier mit dem Kosmos. Oder das hier mit der Blume. Sieht auch relativ hübsch aus. Ich wähle wieder beim Standard-Theme. Und hier können Sie auch noch die Schriftarten ändern. Auch von der Größe her und ich finde Ihnen eine recht gute Idee. Hier kann man auch Details, weitere Informationen auch abrufen. Und hier auch Visual Effects können Sie auch auch einstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt Kommentare, abonniert uns. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.